Jo Leute was geht ab und willkommen zu Road to Christmast ich muss mein Handy kurz lautlos machen Road to Boss obwohl ich schon Post bin egal Spassbesszeile heute ist der zweite Dezember Leute wisst ihr das bald ist der Nikolausy Nikolausy ja da hol ich euch alle mit meinem Usterhassi ab ey kennt ihr vielleicht also zufällig Copyright-free Weihnachtsmusik dann schreibt sie in die Kommentare schreibt sie in die Kommentare oh ja bis sind heute mal auf Hype unterwegs weil auf den anderen Zorn geht grad nicht so viel Brite Island Brite Island Brite Island ich kostet eigentlich so ein Cave so ein Umhang das ist nämlich voll brutal wie viele da haben alle 5.000 Euro 50.000 I don't know auf jeden Fall schreibt doch in die Kommentare ähm für wen ihr bei Varus seid Maxi für wen bist du bei Varus? ah ich weiß gar nicht das ist irgendwie voll schwer also ich hab von Anfang an hatte ich eigentlich keinen Favoriten ja aber wen guckst du denn also ich guck halt Stegi guck ich eigentlich die ganze Zeit an und MC Export find ich auch voll cool aber jetzt kommen ja wahrscheinlich die meisten und sagen äh nur weil die grad so abgehen äh aber Leute ich guck schon Stegi voll lange da war der noch nicht mal geboren als ich den schon geschaut hab ja naja ey Spaß Abo durch finde ich schon eigentlich am geilsten nein mir wurde mein Eisen äh mein Standort geklappt ob bist du ich jump hier einfach hoch kurz der Borg ja dich ich glaub den du ja wow wow genau ah was ich auf jeden Fall auch also letztes Jahr war ich ja eigentlich so voll der Paluten Fan ich hab in der Zwischenzeit auch zurückgegangen die hat ja auch warum gewonnen voll krass hast du irgendwas äh ja ne Angel und hat der Warhol gewonnen hat der Warhol gewonnen ja letztes Jahr echt krass Stombapu meinsch Stombapu und Reh wie er schon tot hehehe echt stimmt ah ja stimmt ja stimmt ja voll viel ich stamm da hab ich nicht mal komm lass den auf Handboxen ne lieber nicht man da hab ich hier schnell da hab ich hier schnell das sind pvp-typ also der oh der bohrs ich hab Angst vor solchen Leuten wo pvp in ihrem Namen haben wo bist du hin? ja ich bin hier wo bist du? bist du wieder zurück? ich glaub der kommt zu uns nein ich bin wo bist du? ah warte ich seh ich hör auf wenn du dir her aber lauf mal von den Borg runter boah fuck dieser pvp-typ kommt der in Schwart oha fuck 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 wo bist du? hier boah ich wär grad fast auf dem hit to ground to hard wo bist du? spring mal runter zum Strand ah da ok hast du gesehen alter hast du gesehen? komm mal schnell bitte ah oh oh fuck über die erste pvp lappen alter boah ich hasse das man wenn ich so pvp in ihrem Namen hab auf jeden Fall was mir auch noch anspringen wollten Minecraft Cloud ja ähm ja ich glaub das war voll aktiv schon ich glaub das war ein schuss in den Ofen ja ich bin zwar noch am leben aber es macht für mich auch keinen Sinn auf den Server zu gehen wenn jemand auf den Server zu gehen wenn jemand on ist und irgendwie ist die Serie jetzt eh schon voll unregelmäßig gekommen ist eigentlich gar nicht mehr ich bin schon längst gestorben spoiler alarm ähm ja wir laden das ich weiß nicht laden wir jetzt überhaupt noch hoch weil ja ich hab ich hab eigentlich in der Folge angesprochen das das erstmal ich hab ein Schwert ähm ich hab auch schon aber ich brauch Essen da ist jemand so lange es hier jetzt da ist schon einer mit dem Schwert ja ich brauch aber trotzdem Essen oh ich hab ihn gekommen oh man ich höre dich ab oh ich hab schon Box mit deinem weg Maxi ach so du war schon schuld natürlich Poppust mit du hast schon eine andere also jetzt jetzt ja ja der ist bitte der ist nicht gut ja der hat das 50 Jahre J J gosh äh wo waren wir wo waren wir wo waren wir oha krass Melon äh wir waren gerade dabei mein Truck Claro ob wir das noch bringen ähm das ist halt so dass wenn solange das jetzt nicht sich nicht ändert wird es auch nicht kommen erstmal weil es wird ja nichts bringen wenn ich jetzt die nächsten Teile hochladen würde und dann ähm wird es wieder so unregelmäßig kommen also ich warte jetzt erstmal ab was sich da dran noch ändert wir wollen vielleicht ein deathmatch dann einfach machen mit all den zahlen was wir haben ja dann werde ich auf jeden fall verlieren aber dann verliere ich ihn ehren nicht ich versuchte nicht ich versuchte nicht ich hab einen Bogen nein ich hab keine Pferde geht eigentlich brauchst du trinken da essen man ich hab auch meine Karotte da hinten nischte man komm lass den boxen der kriegt schaden der kriegt schaden da kämpfen wir hier weiß nicht mal wo du bist komm einfach weiterlaufen am Strand löse dich oh Abo pass auf nicht dass du stirbst stirbst oh da ist auch noch einer ist ein 2 hier ist ein 2 da ist auch noch rein schnell ich klatsch hier ein der hat gute Komp- der hat gute Richtig auf jeden Fall hab ich den hab ich den nächsten oh fuck da ist noch einer oh Maxi ich glaub ich wird sterben wo bist du weil hier hast du auch grad noch nicht anderthalb herzen anderthalb herzen ja zeig doch gut du bist einfach den Strandbinnen lang da wo wir vorher waren ja aber ich seh dich nicht mehr ich hab dich irgendwie verloren ich hab dich grad noch gesehen äh lol ja ich bin tot NEIN das kann's doch nicht sein Leute maaaann ich hab dich irgendwie verloren gehabt ok Leute wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde tschüss